Du hast bestimmt zwei Haare am Sack und eins davon kann pissen. Das stimmt! Stimmt! Hab ich noch gar nicht dran gedacht. So, jetzt hab ich Zeit. Also, ähm... Du bist bestimmt der Bruder von Heinz-Peter. Es ist egal. Heinz-Peter? Bist du der Bruder von Hinz-Peter? Ja, ich glaub schon. Aber ich weiß nicht, ob ich nen Bruder hab. Du wirst bestimmt beim Betteln... äb-b-b-b-b-b-b-b-b-betten ausschütteln gefunden. Muss ich mich nochmal vorstellen? Jaaa. Also, ich bin der Hans-Peter. Bin jetzt in der sechsten Klasse. Alter, was hat der zu beobacht? Hör mal, kannst Du das auch ohne dabei zu grinsen und ohne uns dabei zu verarschen. Weil das war schon heraus Was ist denn jetzt los? Ich glaube, ich habe nichts zu verinnern Warte, ey, ich wollte mir die Kuh Ich finde dich witzig Ach, der macht das doch mit Absicht, mein Gott